Die Stadtwerke Kufstein liefern seit vielen Jahrzehnten Strom in das Zuhause der Menschen unserer Region. 10 Prozent des benötigten Stromaufkommens produzieren wir in unseren Kraftwerksanlagen selbst, den Rest kaufen wir am Strommarkt zu. Auch in turbulenten Zeiten wollen wir weiterhin Ihr zuverlässiger Partner bleiben. Die gute Nachricht, aktuell sinken die Preise und wir wollen, dass auch Sie davon profitieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen neuen Stromvertrag an mit einem günstigeren Tarif. So sparen Sie sich Geld. In einem Schreiben informieren wir Sie über das neue Angebot. Im Anhang dazu finden Sie auch den neuen Stromvertrag. Damit der Umstieg so einfach wie möglich wird, können Sie das auch auf digitalem Weg erledigen. Entweder Sie nutzen den QR-Code oder den persönlichen Code aus Ihrem Kundenschreiben. Oder Sie senden uns die Unterlagen ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an kundenberatung.stwk.at. Gerne können Sie uns den Vertrag auch per Post im beiliegenden Kuvert zuschicken. Die Versandkosten übernehmen wir. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Infos erhalten Sie auf www.stwk.at. Wir sichern die Energieversorgung in unserer Region. Dies kommt uns allen zugute. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns treu bleiben.